Es wurde drei, halb vier, dann vier Uhr, aber Parvati tauchte nicht auf. Vielleicht war es ihr gestern doch nicht so ernst gewesen mit dem Besuch im Zaubergarten. Lisa ging in die Küche, um ihrer Mutter beim Kuchenbacken zu helfen. Nach einer Weile kam auch Leonie dazu und zusammen machten sich die Schwestern daran, einen ganzen Berg Äpfel zu schälen und klein zu schneiden. Währenddessen rührte Mama in einer großen Schüssel die Zutaten für den Teig zusammen. Hubert hockte auf der Eckbank, hatte den Schwanz um sich geringelt und sah den Menschen mit gelangweilter Miene bei der Arbeit zu. Wahrscheinlich hätte er anders geguckt, wenn es um Fleischküchlein gegangen wäre. Da klingelte es auf einmal Sturm. Vor der Tür stand Parvati. Sie hatte Latzhosen, T-Shirt, Turnschuhe und Ringelsocken an. Du bist aber spät dran, stellte Lisa fest. Ich dachte, du kommst überhaupt nicht mehr. Schnurrenstrich Hubert den beiden Mädchen um die Beine. Dann nutzte er die Gelegenheit, um nach draußen zu entwischen. Wir haben immer sehr viel zu tun, gab Parvati zurück und folgte Lisa in die Küche. Als sie die offenen Tüten und die Teigschüssel sah, war sie sofort Feuer und Flamme. Darf ich mitmachen? fragte sie. Ich habe noch nie selber einen Kuchen gebacken. Wir sind schon fast fertig, erklärte Lisas Mutter. Aber wenn du willst, kannst du den Teig mit Apfelschnitzen belegen. Bevor sie sich ans Werk machte, ging Parvati ans Spülbecken und wusch sich erst mal sorgfältig die Hände. Lisas Mama sah erstaunt zu. Da könnt ihr euch ein Beispiel nehmen, warnte sie sich beeindruckt an ihre Töchter. Als der Kuchen im Ofen war, bekamen Lisa und Leonie je einen Schaumbesen zum Ablecken, während Parvati die Schüssel auskratzen durfte. Oh, 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 sagte die kleine Inderin andächtig, während sie ihren Finger in die Schüssel tauchte. Ich esse so gerne ungesund. Na ja, meinte Frau Erdmann mit einem Schmunzeln. So ungesund ist ein Kuchen nun auch wieder nicht. Da sind immerhin Äpfel und Nüsse drin. Wenn meine Mama sagt, dass etwas ungesund ist, schmeckt es meistens himmlisch, erklärte Parvati. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Was macht denn deine Mutter? Arbeitet sie auch bei Campingbauer? Nö, meine Mama ist Yoga-Lehrerin, antwortete Parvati. Was ist das denn? wollte Lisa wissen. Pass auf, ich zeig's dir. Parvati setzte sich mitten auf den Küchenboden, zog die Unterschenkel unter ihren Po und stützte sich mit den Handflächen auf den Knien ab. Dann atmete sie tief ein, spreizte die Finger wie Löwenkrallen, streckte die Zunge weit heraus und stieß ein schauerliches Gebrüll aus. Roar! Das ist der Löwe, erklärte sie ihren Zuschauerinnen. Leonie starrte die kleine Inderin verblüfft an. Das soll ein Beruf sein? Damit kann man Geld verdienen, wenn man erwachsen ist? Dann weiß ich jetzt, was ich mal werden will. Oder sowas, fuhr Parvati fort, während sie sich flach auf den Rücken legte, die Beine in einem Halbkreis langsam über den Kopf führte und plötzlich zwischen ihren Knien hervorguckte. Das ist der Pflug, kam es von irgendwoher zwischen den Beinen. Zum Abschluss kletterte Parvati auf ihre eigenen Ellbogen und machte einen Kopfstand. »Hm«, meinte Leonie und zog die Nase kraus, »vielleicht werde ich doch lieber was anderes.« »Das ist Yoga«, erklärte Parvati, »und Yoga ist ja sowas von gesund.« , oder? »Ich glaube, das ist Yoga«, »und Hayrell«, outăng dennoch. »Istival zu shverteilt cuerpo ist ja sowas von 전��hmской operabilität,